Herzlich willkommen bei Cine macht Auge. Ich habe bei Instagram ein Posting vom Spiegel Magazin gesehen, was mein Interesse geweckt hat und ich dachte mir, mal ein bisschen nachrecherchieren kann hier nicht schaden und mit euch ein paar Gedanken auszutauschen. Ich werde das Ganze etwas vorsichtig formulieren müssen, denn ihr seht ja worum es geht und man muss hier höllisch aufpassen, denn die KI-gesteuerten Algorithmuswächter da im virtuellen Netz sind immer auf der Suche nach irgendwelchen Buzzwords, woraufhin dann Videos gerne mal gesperrt werden. Ich hatte schon bei der Recherche echt Probleme. Ich habe Alfred, ChatGPT, zu diesem Fall befragt und es spuckte dann zwar immer mal kurz ein paar Antworten raus, beziehungsweise Recherchergebnisse, diese wurden dann aber ganz schnell wieder gelöscht, weil irgendwie es geht bei dem Thema, ja, da sind alle super empfindlich. Also das heißt, ChatGPT, er stellt eine Antwort, merkt, um welches Thema es sich handelt und sagt ganz schnell, ah nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Nichtsdestotrotz möchte ich versuchen, hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Es geht um den Fall Steven van der Velde, ein niederländischer Beachvolleyballspieler, der jetzt bei Olympia angetreten ist. Und ja, ihr könnt es ja schon lesen, niederländischer Beachvolleyballer und van der Velde wird ausgebucht. Und dieses Wort löst natürlich nicht nur starke Assoziationen aus, sondern auch Emotionen. Und wir schauen mal ein paar Schlagzeilen an, dann sieht man auch nochmal, wie drastisch das Ganze werden kann. Ich finde, die, die heftigste Aussage habe ich bei RTL.de gefunden. Dort heißt es, deutsche Polizistin liebt Olympia, ja, ja, Steven van der Velde. Boah, okay, also da sind wir jetzt schon nochmal, finde ich, gefühlt von der emotionalen, aufgeladenen Stimmung her eine Stufe weitergegangen. Also ich glaube, bei dem Wort hier spätestens, ja, da sind alle Alarmglocken an. Wir gucken mal. Beim Kölner Stadtanzeiger ist die Wortwahl etwas weniger drastisch. Dort heißt es, verurteilter Straftäter. Beachvolleyballer van der Velde bei Olympia vom Publikum Ausgebucht. Bei der Taz finden wir dieselbe Formulierung, verurteilter Straftäter. Und bei der Bild-Zeitung wird im Grunde eigentlich die Frage in den Raum geworfen, die alle beschäftigt. Darf ein Hörer bei Olympia starten? Immerhin Pro und Contra. Ach guck mal, hier gibt es sogar eine Umfrage. Finden Sie es richtig, dass Van der Velde bei Olympia dabei ist? Ja, jeder hat eine zweite Chance verdient. Nein, ein Hörer darf nicht bei Olympia starten. Nur 147 abgegebene Stimmen? Wie wenig Besucher haben die denn? Ich sage jetzt mal das hier. Wir gucken mal. Oha, damit habe ich die Minderheitenmeinung. Die Mehrheit sagt, jemand, der so ein Vergehen schon mal gemacht hat, der hat keine zweite Chance verdient. Auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt diese ganzen minderwertigen Artikel, die eigentlich nur eine reißerische Überschrift sind, mit denen man ganz viel Klicks und Emotionen erzeugen kann. Dann können alle noch irgendwie drunter kommentieren. Ja, gar nicht. Keine Ahnung was. Und das andere wäre ja jetzt mal genauer hinzuschauen, was ist da eigentlich passiert. Denn zunächst mal ist ja interessant, Van der Velde ist, wie der Name schon sagt, aus den Niederlanden und das Opfer ist aus UK. Also stellt sich natürlich relativ schnell die Frage, wie sieht denn der Fall ganz konkret aus? Das hier ist der ausführlichste Artikel, den ich finden konnte. Und hier bekommen wir eben ein paar Hintergrundinformationen, wie das Ganze wohl mehr oder weniger stattgefunden hat. Wir sehen hier der erste Abschnitt. Die Kommunikation begann, als sie ihm eine Freundschaftsanfrage schickte. Das heißt in anderen Artikeln auch, es war wohl Facebook. Er dachte zunächst, sie sei 16, aber selbst als sie ihm ihr wahres Alter mitteilte, brach er den Kontakt nicht ab. Okay, also hier hätten wir schon mal so das erste Warnsignal, was der gute Van der Velde mehr oder weniger einfach überfahren hat. Man darf natürlich im Internet erstmal mit jedem irgendwie chatten. Man darf jeden irgendwie kennenlernen. Und wenn er 19 war zu dem Zeitpunkt und er denkt, er lernt eine 16-Jährige kennen, dann ist mehr oder weniger erstmal alles okay. Die können natürlich schreiben. In dem Moment, wo sie ihm sagt, dass sie eigentlich erst 12 ist, hätte er den Kontakt abbrechen müssen. Hat er nicht gemacht. So, die haben wohl weitergeschrieben, haben sich kennengelernt, ja, haben in irgendeiner Form eine Beziehung zueinander aufgebaut. Und ja, der Altersunterschied ist eben in diesem Alter sehr problematisch. Wenn jetzt zum Beispiel eine 30-Jährige mit einem 37-Jährigen zusammen wäre, dann würde das sehr wahrscheinlich niemanden interessieren. 12 und 19, da sieht die Sache natürlich komplett anders aus. Da ist der Mensch noch nicht voll entwickelt. Das ist eine sehr sensible und wichtige Phase im Leben. Und deswegen schaut man da ja auch ganz genau hin, was da passiert, um eben auch minderjährige Personen zu schützen. Also, was ist weiter passiert? Am 2. August 2014 bestieg er einen Flug, um sein Opfer persönlich zu treffen. Ja, also erstmal weiterchatten mit einer 12-Jährigen, schon sehr problematisch. Dann auch noch ins Flugzeug zu steigen. Also, wie gesagt, hier wurden sehr viele Warnsignale einfach überfahren. Vom Flughafen Luton nahm er ein Taxi 22 Meilen nach Milton Keyes, der Stadt, in der sie lebte, für ihre sexuellen Begegnungen, einschließlich eines Falls von Magina Hex, bei dem sie sich beschwerte, dass er ihr wehtue. Ich gehe mal davon aus, dass das Informationen sind, die aus den Gerichtsprozessen herkommen. Es ist ein super wichtiger Satz, dieses, bei dem sie sich beschwerte, dass er ihr wehtat. Also, er hat weitergemacht, obwohl sie wohl Schmerzen hatte. Das ist ein super entscheidender Punkt, nachher dafür das Ganze zu beurteilen. Es wird aber noch problematischer. Sie tranken auch zusammen Baileys Irish Cream Liquor. Also, haben auch noch irgendwie Alkohol getrunken, den er vermutlich besorgt hat. Sie als Zwölfjährige wird das wahrscheinlich nicht gekonnt haben und schliefen auf einem Pappkarton unter einer Hoteltreppe, als sie kein Zimmer bekommen konnten. Ja, okay. Woher jetzt diese detaillierten Informationen genau stammen, weiß ich nicht. Ich kann nur hoffen, dass sie stimmen. Wie gesagt, der Fall ist nicht sonderlich gut dokumentiert. Es heißt dann weiter, bevor er in die Niederlande zurückkehrte, riet Van der Welde seinem Opfer, die Pille danach zu nehmen, da sie keine Verhütung verwendet hatten. Ja, was soll ich sagen? Schon wieder ein Warnsignal, was einfach mal knallhart überfahren wurde. Und das ist auch der Punkt, weswegen das Ganze am Ende überhaupt rausgekommen ist. Und wie gesagt, er hat ihr empfohlen, geh mal bitte in eine Klinik, hol dir die Pille danach. Das hat sie dann auch gemacht. Die in der Klinik haben dann aber festgestellt, oh, Moment mal, da kommt ein Zwölfjähriger und fragt nach der Pille danach. Dann wurde ein bisschen nachrecherchiert. Und dann ist das Ganze aufgeflogen, mehr oder weniger. Und ja, es gab dann einen Gerichtsprozess. Und zwei Jahre später wurde Van der Welde dann an die UK, also an England, ausgeliefert. Am 8. Januar 2016 wurde er nach Großbritannien ausgeliefert, wo er sich in drei Fällen der Vergewaltigung eines Kindes schuldig bekannte. Hier auch nochmal ein Abschnitt, der die ganze Geschichte einfach nochmal komplexer macht. Hier heißt es, als Van der Welde verurteilt wurde, wurde vor Gericht enthüllt, dass das Opfer nach seiner Verhaftung von Schuldgefühlen geplagt wurde und sich selbst verletzt hatte. Richter Francis Sheridan sagte zu Van der Welde, Der emotionale Schaden, der diesem Kind zugefügt wurde, ist enorm. Wenn sie älter wird, wird sie erkennen müssen, dass sie nicht der nette Mann sind, für den sie sie hailt und von dem sie gehofft hatte, dass sie es sein könnten. Und hier sieht man auch nochmal, wie verzwickt diese Geschichte ist. Diese Schuldgefühle des Mädchens kommen ja vermutlich dadurch zustande, dass sie doch noch irgendwie Sympathien für ihn hat. Also das macht es kompliziert, weil man natürlich dann nicht sagen kann, das ist die brutale Hergehaltigung, die man vielleicht jetzt so am Anfang der Story, als man nur die Überschriften gesehen hat, vor Augen hatte. Und gleichzeitig hat der Richter natürlich auch recht, dass er sagt, hier wurde ein emotionaler Schaden angerichtet, denn diese, naja, Liebesbeziehung, sag ich mal, hätte gar nicht erst starten dürfen. Das ist ja der Grund, warum man Minderjährige eben so stark schützen muss. Und all diese Details fließen natürlich in das Urteil mit ein. Jetzt ist es so, dass am Ende die Strafe in den Niederlanden verkürzt wurde, da dort das Gesetz ein bisschen anders aussieht. Es ist weniger streng als in England. Und ich habe auch gelesen, dass dann aufgrund von guter Führung, aufgrund von Reue, von Einsicht und so weiter, er nach ungefähr einem Jahr, glaube ich, wieder auf freiem Fuß war. Und natürlich fragt man sich jetzt ein bisschen, wie sieht er die ganze Sache, wie beurteilt er das Ganze rückwirkend? Mittlerweile gibt er gar keine Interviews mehr. Ich kann das irgendwo verstehen. Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt hat man alles gesagt und dann bringt jedes weitere Wort auch nichts. Hierzu finden wir im Artikel folgendes. Und hier bekommen wir nochmal die Info, die wir quasi bei rtl.de bekommen haben. Da ist es nur ein bisschen anders formuliert worden. 2022 heiratete er Kim van der Welde, eine deutsche Beachvolleyballerin, die auch als Polizeibeamtin ausgebildet wurde. Sie haben einen zweijährigen Sohn. Ich hoffe, ich habe den Fall jetzt mehr oder weniger in seiner Komplexität erklären können. Und ich hoffe auch, dass jetzt nicht sofort wieder die nächsten Empörten in ihren Startlöchern stehen, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, nicht hart genug mit van der Welde ins Gericht gegangen bin. Ich persönlich habe die Meinung dazu, dass ich sage, besonders solche Fälle möchte ich gar nicht aus der Ferne beurteilen. Ich bin nicht der Richter. Ich war beim Prozess nicht dabei. Ich kann so einen Artikel lesen und kann versuchen, irgendwie die Geschehnisse zu rekonstruieren. Aber was ganz genau passiert ist, das weiß ich nicht. Das wissen die wenigsten. Und ich überlasse sowas ehrlich gesagt einfach den Gerichten. Die haben sich den Fall ganz konkret angeguckt. Die kennen die Details. Sie haben ja auch ein Strafmaß gesprochen und diese Strafe wurde ja auch verwüst. Ich persönlich werde auf jeden Fall nicht den römischen Kaiser spielen, der mit Daumen hoch oder Daumen runter über das weitere Leben von van der Welde bestimmt. Schauen wir mal in die Kommentare. Da sieht man das erfahrungsgemäß etwas anders. Dort fand ich dann diesen Kommentar von Was Tara Sagt. Tara Luise Witwer. 460.000 Follower. Sie schreibt unter anderem für den Spiegel und hat auch eine Kolumne zu dem Thema geschrieben. Und ich muss gestehen, dass diese Kolumne fand ich so wirre. Da müssen wir auch nochmal gerade reingucken. Dort heißt es, bei den Olympischen Spielen soll ein verurteilter Herr Galtinger für die Niederlande im Beachvolleyball antreten. Der Fall sorgt zu Recht für Empörung. Ja, Empörung, geil. Die öffentliche Meinung ist oft hart, aber auch ein gutes Korrektiv. Ich weiß nicht, ob ich diese Aussage so unterschreiben kann. Also gerade bei solchen Themen haben wir es eigentlich häufiger mit einem wütenden Mob zu tun, der wenig Hintergrundinformationen hat und eigentlich nur seinen Emotionen freien Lauf lässt. Ob das jetzt das Korrektiv ist, was ein Rechtsstaat braucht? Und dann wird die Kolumne auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Es geht dann weiter. Meine Community, also alle, die mir folgen, hat mich besser gemacht. Das hört sich nach einem soften Pinterest-Spruch an, war aber häufig auch ein schmerzhafter Prozess. Denn Verbesserung stellt sich über ständige Kritik und Hinterfragen ein. Ich habe vor den Augen vieler Dinge gesagt, die ich nicht so meinte. Und noch schlimmer, ich habe ebenfalls vor den Augen vieler Dinge gesagt, die ich ganz genau so meinte. Dass ich dabei internalisierte Verhaltensweisen in Richtung Misogynie oder Fettphobia an den Tag gelegt habe und mitunter blind war für die Marginalisierung aller Art, habe ich lernen müssen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was hat das jetzt eigentlich alles mit dem Fall zu tun? Okay, sie hat also sehr viel durch ihre Community gelernt und zeigt Reue, wofür auch immer. Auch die Illusion, dass jeder und jeder wirklich alles schaffen kann, habe ich inzwischen als solche erkannt. Und ich musste lernen, dass die Deutungshoheit über all das natürlich immer bei den Betroffenen liegt. Und spätestens da gehen bei mir natürlich ein paar Warnsignale an. Und ihr habt gedacht, es geht jetzt vielleicht endlich um Fun der Welte. Nein, ich habe ewig an mir gearbeitet und auch wenn ich sicher noch Dinge mit mir rumtrage, die ungelöst sind, kann ich von mir behaupten, darauf zu achten, Fehler nicht zu wiederholen. Und ich frage mich die ganze Zeit, worum geht es überhaupt? Warum sprichst du die ganze Zeit von dir und irgendwelchen Fehlern, die du gemacht hast, die du jetzt aber eingesehen hast? Die Antwort kommt, aber von welchen Fehlern rede ich hier überhaupt? Und ab wann wird etwas unentschuldbar? Man könnte meinen, ich müsste eine Art Expertin für diese Fragen sein, habe ich doch das Buch Sorry, aber eine Verzichtserklärung an das ständige Entschuldigung geschrieben. Und doch, die Frage, ob es Dinge gibt, für die man sich nicht entschuldigen kann, fällt mir schwer zu beantworten. Okay, sie macht das Riesenfass auf, sie hat ganz viele Fehler gemacht. Zum Glück haben ihre Community und die Betroffenen sie alle aufgeklärt und sie hat alles reumütig eingesehen. Also kann man das wohl entschuldigen. Und ich denke mal, jetzt gleich kommt der Switch zu Van der Welde, weil er hat zwar auch die Fehler eingesehen und hat auch seine Strafe bekommen, aber ich glaube, da ist das vermutlich ein bisschen anders. Kann ein hergehaltiger, ein sportliches Vorbild sein. So, wir skippen das Ganze, weil es geht schon wieder nur um sie. Anschließend wird der ganze Fall dann nochmal aufgerollt, was ich gut finde. Man gibt ein bisschen Kontext dazu. Sie persönlich konnte aber keine Antwort auf die Frage finden, ja, ist er denn jetzt rehabilitiert? Ist Van der Welde jetzt auch wieder ein unschuldiger, freier Mitbürger der Welt oder eben nicht? Und dann kommt sie dank ihrer Community zu dem Ergebnis, ich denke so viel darüber nach und habe keine Antwort. Aber meine Community hatte eine. Zum speziellen Fall Van der Welde lautete sie Rehabilitierung, ja, Repräsentation, nein. Und genau diese Aussage findet man auch ganz häufig in den Kommentaren bei Instagram unter dem Spiegelbeitrag. Resozialisierung, ja, Repräsentation, nein. Oder auch hier, Resozialisierung, check, Repräsentation, nein. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele diesen Gedanken erstmal ganz okay finden, zu sagen, ja klar, er hat seine Strafe bekommen, also er ist wieder Teil der Gesellschaft, Resozialisierung, ja, aber Repräsentation dann doch bitte nicht. Und hier muss ich den unangenehmen Part wieder übernehmen und sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das viele anders sehen, aber wenn wir diesen Gedanken der Resozialisierung wirklich konsequent bis zum Ende denken, dann müssen wir auch sagen, das, was vor zehn Jahren war, wenn die Strafe abgegolten ist, wenn man seine Strafe verbüßt hat, dann ist das Konto wieder auf Null. Dann hat man das Recht, wieder wie jeder andere in ein Leben zu starten. Und dazu gehört dann auch, meiner Meinung nach, die Repräsentation für das Land und der Staat bei Olympia. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele unangenehm ist, aber das ist eben der Hintergedanke der Resozialisierung. Und ich finde, das wirkt so ein bisschen, als wolle man das so ein bisschen umgehen, indem man sagt, schon irgendwie Rehabilitation und Resozialisierung, das sind ja alles schöne Wörter und so, aber einfach so eine kleine Strafe muss schon noch bleiben, oder? Ja, wie gesagt, man kann das wahrscheinlich unterschiedlich sehen. Ich nehme mal diesen Standpunkt ein, lasse mich aber auch gerne überzeugen, falls das jemand anders sieht. Falls man mich überzeugen will, dann empfehle ich jetzt schon mal, versuch das nicht auf der emotionalen Ebene. Das holt mich immer nur, wenn überhaupt kurz ab. Sobald ich aber das Emotionale ausblende und das rational betrachte, überzeugt mich ein emotionales Argument auch nicht mehr. So, ein, ich bin mal gespannt, interessantes Video. Ich bin mal gespannt, was manche daraus ziehen werden, ob die Empörung groß ist oder ob man am Ende sagt, das ist mir viel zu kompliziert, ich bleibe bei der RTL-Überschrift. Also, ich finde auf jeden Fall insgesamt ein spannendes Thema, interessanter Beitrag, interessante Gedankengänge, die es hier gibt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, morgen, wann auch immer, der das Video schaut. Tschüss. Tschüss.